Bayers-Bronn im beschaulichen Nordschwarzwald Ich bin angekommen, hab das Auto abgestellt, die Handbremse angezogen, vielleicht nicht genug. Ich bin ausgestiegen, bin mit meiner Frau dann hoch in die Wohnung. Beim Fall von Klaus G. kommt selbst Allianzvertreter Jürgen Morlock ins Staunen. Das Auto hat sich dann hier wohl rückwärts selbstständig gemacht. Ist hier diese Strecke hier runter, über den Hof gefahren, das Lenkrad hat dann eingeschlagen und der fuhr dann wie von Sauberhand gelenkt, selbstständig, wie ein Profi, wie auf Schienen, runter in den Wald. Danach habe ich sofort den Herrn Morlock angerufen. Bei uns ist es recht ländlich hier und Herr Morlock kennt ja sehr viele Leute durch seinen Job und hat dann auch schnell reagiert und hat uns das alles abgenommen. Wer ist Landwirt, wer ist Forstwirt und diejenigen können sicher auch ein Auto aus dem Wald ziehen. Das war der Gedanke und die schnelle Bereitschaft und Hilfe war ein toller Effekt. Herr Morlock sorgt nicht nur für die schnelle, unkonventionelle Bergung des Unfallfahrzeugs via Traktor, sondern auch für eine schnelle Abwicklung durch die Allianz. Ein Rad? Spontanität ist, wenn man schnell hilft. 19 Millionen Kunden, 10.000 Vertreter, eine Allianz.